Niedrigzinsen, Nullzinsen, Negativzinsen. Die Marschrichtung der Notenbanken ist klar definiert. Die finanzielle Repression gegen die Sparer wird ausgeweitet. Sie werden heimlich, still und leise enteignet. Was man dagegen tun kann, das wollen wir besprechen mit Christian Malek. Er ist Geschäftsführer der Sieger West Vermögensverwaltung GmbH, hier auf dem Vermögensverwaltertag in Dresden. Herzlichen Dank, Herr Malek, für Ihre Zeit. Ja, fast immer werden Aktien oder auch Aktienfonds als Mittel gegen die Zinsmisere empfohlen. Was sagen Sie dazu? Ja, wir finden Aktien als Alternative grundsätzlich interessant, weil man sich mit Aktien direkt an Unternehmen beteiligen kann. Nehmen wir mal die deutsche Wirtschaft, die ist robust. Deutsche Unternehmen gehören zu den Weltmarktführern teilweise, haben gute Produkte, mit denen man noch gut Geld verdienen kann. Und dann frage ich mich, warum so wenige Deutsche darin investieren in Form von Aktien. Und in dieser Nullzinspolitik, die Sie angesprochen haben, finden wir es fast schon fahrlässig, wenn man seine Vermögensanlage ausschließlich auf Zinsprodukte aufbaut. Sie schauen ja nicht nur auf die Anlageklassen an sich, wie ich weiß, sondern Sie schauen vor allen Dingen auch auf die Köpfe, auf die Manager der einzelnen Fonds. Warum sind Ihnen diese Köpfe so wichtig? Köpfe sind uns deswegen wichtig, weil wir ja verstehen wollen, warum die Manager so erfolgreich sind. Wir investieren ja nicht nur in Fonds, sondern grundsätzlich in Strategien von erfolgreichen Managern. Dazu gehört beispielsweise auch ein toller Börseninformationsdienst, den wir umsetzen. Und um die Konzepte zu verstehen, müssen Sie die Manager kennen oder zumindest einen guten Informationsfluss von da bekommen, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie die ticken. Das Investmentuniversum weltweit ist allerdings sehr, sehr groß. Wie finden Sie denn nun die besten Lösungen für Ihren Fonds? Das ist unser tägliches Handwerk. Wir lesen viel, wir beschäftigen uns mit den Märkten und den Akteuren da drin. Dazu muss man auch gut vernetzt sein. Wir besuchen Fachkongresse, Messen, aber auch das direkte Gespräch mit den entsprechenden Managern. Und dann suchen wir für die Segmente, in die wir investieren wollen, die Spezialisten raus. Wir haben beispielsweise einen hervorragenden Aktienspezialisten, der sich nur mit europäischen Nebenwerten beschäftigt. Oder ein anderes Team, was sich mit innovationseffizienten Unternehmen beschäftigt, weil man festgestellt hat, die haben eine besondere Ertragskraft. Und unsere Aufgabe ist es, diese guten Konzepte jetzt zusammenzuführen in unserem Fonds und damit erwerbbar zu machen für einen Anleger, der unseren Siegerwestfonds kauft, dass der eben in die besten Strategien investieren kann. Und da haben Sie ein Kernportfolio, aber, großes Aber, um dieses Kernportfolio herum, gibt es auch sogenannte Sonderthemen, Spezialthemen, die Sie sich genauer anschauen. Um was handelt es sich da? Also Sonderthemen sind für uns beispielsweise langfristige Trends oder Storys. Ich mache ein Beispiel. Wir sind in Wasser investiert. Wasser ist für uns ein langfristiger Trend. Unternehmen, die sich mit der Wasserbewirtschaftung beschäftigen, haben ein stabiles Ertragsmodell. Darin sind wir investiert in Form eines Wasser-ETS. Ein anderes Sonderthema sind Turnaround-Situationen. Man sieht immer wieder, dass in manchen Marktsegmenten Kurse stark unter Druck kommen. Und man kann davon ausgehen, dass die sich langfristig wieder angleichen. Auch hier ein Beispiel. Bis zum Jahresanfang 2016 sind die Kurse von Hochzinsanleihen sehr stark unter Druck gekommen. Gerade im US-High-Yield-Bereich stellte man fest, dass die Renditeaufschläge bis zu 8% gegenüber sicheren Staatsanleihen ausgemacht haben. Und das war in der Vergangenheit fast immer ein idealer Zeitpunkt, da einzusteigen. Das haben wir getan. Wir müssen ja nicht nur in Aktien investieren. Unser Fonds ist ja frei, solche Situationen auch aufzunehmen. Das haben wir getan. Nach wenigen Monaten lag dieser Hochzins-ETF auch schon zweistellig prozentual im Plus. Und wir werden jetzt demnächst da aussteigen, wenn sich das Niveau normalisiert hat. Das ist dann eher kurzfristig eine Turnaround-Situation. Der Fonds ist mittlerweile seit mehr als fünf Jahren am Markt. Da kann man ja auch mal eine Bilanz ziehen in diesem Interview, Herr Malik. Wie hat sich denn diese Strategie, vor allen Dingen in diesen turbulenten Zeiten, die wir ja erlebt haben und wahrscheinlich auch weiter erleben werden, geschlagen? Der Fonds ist tatsächlich schon länger als fünf Jahre, aber die Strategie, wie ich sie beschrieben habe, ist genau vor fünf Jahren umgestellt worden, nach den Erfahrungen der Finanz- und Schuldenkrise. Und seitdem läuft der Fonds sehr ergebnisstabil. Wir haben jetzt eine Jahresrendite von knapp 6%, aber bei einer sehr geringen Volatilität von nur einem Tick über 7%. Und dieses Verhältnis gefällt uns gut, weil der Anleger in unserem Fonds ruhig schlafen soll. Die Volatilität, also die Schwankung soll gering sein. Und dieses Verhältnis Rendite-Risiko hat uns in diesem Jahr von der Wirtschaftswoche beispielsweise auch den Titel Beste Vermögensverwalter 2016 eingebracht. Da wurden 576 Fonds, wie wir es sind, verglichen. Wir haben den sechsten Platz erreicht. Und das zeigt uns, dass der Fonds genau das tut, was er soll. Schlussfrage. Das ist für viele Anleger, die das Interview sehen, sicherlich am spannendsten. Für welchen Anlegertypus, glauben Sie denn, ist der Fonds am ehesten geeignet? Ja, eigentlich für jeden, der einen ausreichend langen Anlagehorizont hat, der eben mit einem Produkt in die besten Strategien investieren möchte. Von daher kann der Fonds wirklich ein Basisinvestment in jedem Depot sein. Wir selbst im Fondsmanagement sind mit signifikanten Teilen unseres liquiden Privatvermögens im Fonds investiert und nutzen den übrigens auch für unsere private Altersvorsorge. Er ist sparplanfähig, man kann ihn also auch monatlich aufstocken, für jeden geeignet. Und das ist ja das, was immer wieder empfohlen wird, regelmäßig ansparen fürs Alter. Wünschen wir Ihnen viel Erfolg weiterhin mit diesem Fondsmodell. Das war Christian Malek von der Sieger West Vermögensverwaltung GmbH aus Berlin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke schön.